hallo leute pekaris findet man rings um tumbleweed das ist eigentlich so die pekari hochburg aber ich habe euch eine location rausgesucht wo ihr pekaris und puma an einem ort findet und da ist wirklich bei dieser puma location immer mit diesen heizband pekaris zu rechnen also ich habe noch nie erlebt wenn ich hier in chola springs nach den pumas gesucht hatte war eigentlich immer pekaris dort vor ort also kann ich euch das empfehlen als eine location wo zwingend halsband pekaris auftreten das ist absolut kein ding hier bei der puma location sind meines wissens nach immer heizband pekaris das ist die top location für heizband pekaris und da hat sie schon das erste heute erledigt und ihr könnt auch ruhig ringsum tumbleweed nach pekaris suchen ist auch kein ding oder richtung armadillo da können auch welche auftauchen ciao